Halli, hallo, da habe ich doch glatt ein Kabarett geschrieben. Ein Kabarett, weil es lustig ist und weil es ein bisschen zum Nachdenken anregen soll in den Mützern der Menschen. Alle reden über das tolle 5G Netz. Jetzt habe ich einen, der Aluminiumfolie, weil ich habe da eine Serie, also den Namen, den echten darf ich nicht nennen, aber ich nenne es einmal Huxi Xuxi. Also da ist das Huxi Xuxi und das Huxi Xuxi hat, für euch ist ein 5G Gerät, das kommt eigentlich erst raus in zwei Jahren, aber ich habe schon den Prototypen, da sind hinten drauf 100 Kameras und das allerbeste ist, der Kunde packt das aus, grenzgenial, nimmt es in die Hand, durch die Finger am Anschlag, wird das Handy aktiviert auf Fingerprint, Face ID, es wird sofort ein Selfie geschossen, das Selfie verbreitet sich in kürzester Zeit in den Social Media Kanälen, poppt auf auf jedem Handy auf dem Planeten. Wenn man diese Person kennt, drückt man nur drauf und die ist automatisch in den Kontakten drinnen. Ein Top Handy. Jetzt kommen wir wieder zurück zu diesen 5G, 6G habe ich gehört, gibt es schon in Asien. Unpackbar eigentlich, wir haben nicht einmal angefangen mit dem Bau, oder teilweise schon gebaut, ich will ja da jetzt nichts Großartiges machen, oder ein Bleizinn verzapfen wollen wir nicht. Und das Supere ist, dieses Xuxi Xuxi gibt dann dazu eine Powerbank, weil in der Packungsbeilage ist es dann dabei. Und wenn man ja so viel hört jetzt über 5G, die Strahlung ist so, und das steckt man dann an, die Powerbank, die hat 80.000 mAh und hat gute 20 Kilo. Und das Geile dabei, Leute ist, du steckst dann dieses Xuxi Xuxi mit den 100 Kameras hinten, steckst du dann an und die haben weitergetaucht. Und aufgrund des 20 Kilo Powerbacks gehst du buglert. Das heißt, du gehst unter die Strahlen durch und es kann dann nichts passieren. Ja, das ist eigentlich eine super Idee, wenn man ein bisschen weiter denkt, ich finde das super. Und diese Powerbank, die muss man dann, wie bei den Elektroautos, einmal in der Woche muss man das dann aufladen. Und ja, dann stehen die Leute mit ihren Xuxi Xuxi und mit den 100 Kameras hinten, mit der Super, weil die Kamera ist ja Wahnsinn. Die hat, also da sind 100 Kameras hinten drauf und die hat 1100 Megapixel. Also eigentlich schon 16K, Auflösung, 16K. Und ich muss jetzt leider wieder einpacken und zurückschicken, aber es soll Spaß machen und ich habe mir gedacht, nicht immer nur kochen. Machen wir jetzt einmal was Witziges und wenn es gefallen hat, gebt es einen Like und wenn es euch nicht gefallen hat, ist es mir auch wurscht. Und schönen Tag und Baba. Apropos, es dauert diesmal nur 3 Minuten 33, also machen wir keine großen drei Rastrum, Baba.